Willkommen zurück zu Psychonauts 2! Hier ist die bekloppte Bibliothekarin und wir müssen noch ein Buch für sie finden. Du sollst mal gucken, welchen Weg wir am besten gehen. Also wir können auf jeden Fall da auch hoch. Aber das Gute ist, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit. Da oben ist die Tasche. Da kommen wir aber nicht hin. Ja, ich höre es auch, aber wir kommen da nicht hoch, leider. Da müssen wir einen anderen Weg finden, aber da wollen wir jetzt auch gar nicht hin. Ist auch ein bisschen egal, die Tasche. Wir wollen jetzt gucken, dass wir hier woanders reinkommen. Pass auf, wir malen uns mal unsere neue Figur. Wo bin ich? Hast du sicher, dass du das machen willst? Okay, schenk mir nicht mal da hin. Mach mal die auf, wie ich da reinkomme. Super. Spitze gemacht. Oh, komm mal zurück hier. So. So. Hier hoch. So, jetzt runter. Ah! Okay, kommt da hoch, ne? Ach, er kann sich als... Ach, lustig. Er kann sich als so ein Papierplieger machen, wenn er uns hinterher kommt. Das ist schon wieder witzig. Warten wir mal. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. So. Hier hoch wahrscheinlich, ne? Komm. Nein, wir sind da weiter. Da waren wir doch gerade, ne? Der gleiche Wege. Wir müssen hier drauf und dann da rüber springen. Okay. Hier ist es hoch. Gut. Gucken wir mal rein. Well, dieser sieht leicht aus. Uh oh. Ich denke, ich habe es einfach geklappt. Jingson ist eigentlich nur so ein Ding aus Amerika. Dass man Sachen nicht vorher sagt, weil dann klappen die nicht. Aber... Ah, Mist. Okay, reinkommen. Ah! Wow! Da habe ich mal runtergefallen. Oh, Gott sei Dank. So, hier geht es raus. Sieht aus wie ein Blindtext. Ich habe mal als Werbegrafiker gearbeitet und eigentlich ist das... Oh, das... Sind das alles so Blindtexte, so halbes? Okay. Komm ich nicht einfach so rüber. Nur unten längs gehen. Okay. Sie arbeitet hier. Aber bemerkbar. Das ist der Shop von Fanny Flats. Der fameux Kounterfeiter. Cassie arbeitet für einen Kounterfeiter? Ich arbeite für mich selbst. Aber ich mache was, was ich muss, um zu überleben. Nachdem unsere Eltern uns hier verabschied haben, wir brauchten ein Archetype, das ein bisschen mehr... ...thick skinned. Cassie, wir haben es geschafft. Wir haben dich aus. Was jemand gesagt, bust? Was war das? Shh! Never sagen, bust in hier zu loudly. Aber es ist wahr. Wir haben ein Plan. Oh, hey, Teach. Listen. Now's not a really good time. Flats has a big deal coming up. And she's really on edge. And I'm working on my ticket out of here. Can we help? Listen. Haha. Okay. 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 I need three pieces of evidence. Better split up. Wait. Who am I talking to? Wait. The thing is going up. Oh. Uh. To me. Is going to fix the one. I think I'm going to fix the one. Or I can fix the one. Uh. Okay. Yeah. Oh. I need to fix the one. Ich denke, ich höre ein paar Emotionen im Hintergrund. da kann man aber nicht weiterkommen, oder? hmm kriegen wir nur mit uns umbringen die brauchen wir jetzt noch nicht oh, salat halt immer noch ein Schiff wir gehen erst mal hier längs hmm, ich würde mich überfahren ich würde mich überfahren Oh, das ist okay. das ist ja auch irgendwas oder einspringen machen wir mal er macht gar nicht rechts daneben okay hier kann ich durch okay ich kann hier reinstecken okay hier zurück da können wir auch oh nein okay können hier einschicken mein gott also wirklich viele sachen müssen zu übertrieben schon fast den sammeln wir auch nicht alle aber zu lange das soll dahin das ist die 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 Ich bin ein Enabler! Ah, kommt schon da zu. Okay. Oh oh. Fisst euch. Beweise, Beweise, Beweise. Beweise, Beweise, Beweise. Beweise, 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 Beweis, 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 Be Du musst wieder zurückkommen. Bleib aus dem Problem, Junge. okay das war es ich weiß noch nicht wo ich war ich kann nichts mehr sehen das war gerade bin glaube ich gerade hier in irgendwie sonnen wie nennt sich das ich komme aber nicht mehr raus glaube ich stecke irgendwo in unserem ding fest so ein kack ok da sollte man glaube ich nicht hinkommen das geht nicht anders shit das durch blöd sollte nicht so oft passieren das war echt blöd jetzt hoffe ich dass wir nicht wieder alles noch mal machen müssen sondern da landen wo wir gelandet waren okay gut wo müssen wir hin wir müssen in die fischfabrik dass da oben wie kommen wir da rein ist die frage ich sag das war schon der richtige weg den ich gemacht habe aber dann müssen wir das mit mit zeit anhalten machen bis hin und dann schicken wir uns guten männchen da rein und die beweise okay ja ja ich hab's nicht richtig noch schneller okay wir haben neu quitteln und hier wieder die tür da guck mal rein nochmal rein Da sind die Beweise dahinten, glaube ich. Beweisstück 1. Komm wieder raus. Gut, also zurück. Und dann haben wir unseren nächsten Beweis. Was hat er gesagt? Wo war der nächste Beweis? Wo wir gerade eben auch schon waren. Wo ich dann aber natürlich ganz clevererweise nicht hingegen bin. Man kann einmal oder zwei, dreimal in diese Erde landen. Aber mehr auch nicht. Oh, komm schon. Wir sind da hoch. Falls wir da hochkommen. Oh. Da längs, ne? Wie kommen wir da rüber? Ach, da mit dem Boden. Okay. Einfach nicht so schwer. So. Eiern wir mit dem nächsten Boot da rüber. Oh. Das Spiel ist echt gut gemacht. Also, ich sage nicht immer wieder, ne? Es ist gut gemacht. Es ist halt nichts... Von der Technik her vielleicht nicht besonders. Aber es ist einfach echt spaßig gemacht, das Ganze so. Aber es ist echt so, wie man sagt, so witzig. Also, erstmal... Für ihn haben wir nicht. Wir müssen da hoch. Aber wie kommen wir da hoch? Da hinten mit dem Drehding. Aber wie kommen wir da mit dem Drehding hin? Na, warte mal. Oh. Oh. Hier längs. Diesmal. Wie geht's hier hoch? Na, guck mal. Ich glaube, da geht's längs. Okay. So. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Ja, man darf sich auch ein bisschen verehren. Hier in dieser Welt. Schau mal rein. Nein. So. Wenn wir mal von hier kommen, dann muss man mal rüber irgendwie. Schmei nicht. Okay. Wahrscheinlich eigentlich nicht so gedacht, aber... Hä? Wir kommen da hinten mit dem Buch. Wir kommen da hinten mit dem Buch. Aber wir kommen von da rein. weiter. Hä? Warte mal. Ich seh nicht, wie man da hochkommt. Das ist wohl eben. Können wir dem hier was anfangen? Ich bin so glücklich, dass du hier bist, du großartig! Blub! Blub! Ach, da ist die Schaukel. Okay. Okay. Das heißt, das Ding ist eigentlich nur da, um wieder da zurückzukommen. Natürlich schade. Okay. Machen wir's nicht zurück. Gut. So, dann war hier oben noch ne Schaukel. Okay. Die hab ich gerade eben gar nicht gesehen. Dann ist der Kleider wieder von mir. Ich glaube, ich muss das ganze Ding hochkleidern hier. Von da müssen wir ran springen. Okay. Okay. Sehr gut. Ich geh mal weiter rüber. Ah. Okay. Ich geh mal rein. Drück hier. Oh. Okay, jetzt ist das. Ich geh mal an. Okay, ich geh mal an. Okay, ich geh mal an. Ich geh mal an. Es ist schön, dass sie etwas schweißiges Beweis haben, ich bete. Karp, sie haben noch einen Namen. Stanker Fisch! Sie werden nicht mehr raus. Ich werde den Karpfisch holen. Karp, Luftfisch. Karpfisch. Karpfisch. haupt musik okay aber das bevor ich die ganzen dinger wieder sammeln so und für den nächsten weise okay dann müssen wir schon wieder zurück wahrscheinlich das falsche weg man sieht wir müssen den unteren weg nehmen okay und das ist ein danke und weil jetzt da läuft er so nächster beweis Das sieht aus wie ein Zeichen. ... von etwas. Okay. gut das hatten wir jetzt hier gefunden und jetzt den letzten so also waren da dann bin ich die war da oben beim fischmarkt wenn wir uns noch händen wie wie heißt das da die kapitel fabrik wollte ich sagen genau genau die druckerei so druckerschwärze war ja nicht schon haben nur vergessen die druckerschwärze rauszuholen die tür reinzugehen aber auch weil ich beim ersten mal nicht wusste dass man durch die die tür gehen muss jetzt noch ein stadt mit dem zu kämpfen oder wir haben ja schon mal gegen die kämpft hier sind meine matrikt gefragt und köpfchen wie man sieht ich denke mal ich kann da rüber da irgendwie rein kommen jetzt haben wir alle ich kann natürlich gegen die jetzt kämpfen soweit klappt das ist das schwarze die haben wir ja schon besiegt oh nein oh nein aber macht nichts fangen wir ja oben wieder an ne hier schade ok von hier nicht auch zurückkommen doch 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 fahr doch so einmal im kreis und dann wieder von da zurück so gut dass man das papierschiff nicht in brand setzen kann das wäre jetzt ärgerlich oder wegbrennen würden wenn man so macht das machen sie ja gottverdank nicht auf einmal hört die musik aus aber es ist ja auch nicht schlimm so zurück jetzt haben wir alles jetzt müssen wir doch da reinkommen oder das das ist alles die Beweise, die wir bekommen können glaube ich, das ist genug? lass mich das sein das oh ja das ist hier heißes hier wir werden sie mit dem Jahren schmack schmack ich dachte, du wirst sie arrester was wie wird sie das Geld, die sie uns aus dem Kaffee machen? aber wenn sie nicht gebrochen und sie herausfinden, dass ich sie den Berg hat sie hey, keine Angst wir werden dich oder etwas so läuft es, ne? das war ein Bust was? Bust? Bust! in der Bust! Aaaaaaah! so Eww nicht ein Kapitel, von dem ich besonders stolz bin hey, sie wurde in das Outlaw-Liefe nicht diese Part ich habe nur gesagt niemand mag einen Schnitz nicht oh nein, jetzt das war alles Teil des Planes es war? ja und ich dachte, ich war die schwerste oh mein wir sind ein schlechtes Ort nein, es ist perfekt wie ist es perfekt? wie ist es perfekt? irgendein Ort ist perfekt wenn wir alle zusammen naja ich habe nicht gesehen, in einem Zeitpunkt wir sollten niemals sie uns verletzen wenn wir zusammen nichts ist unmöglich das ist das ich ich das 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 ist das 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 was was das 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 Und ich zeige dir, wie wir gegen einen foreignen Invader kämpfen. Oh oh. Was passiert jetzt? Mordiothekarin, echte Bibliothekarin, aber anders, okay. Was brauchen wir hier ist ein bisschen positivität. Weil es nicht gut findet, Swarm! Okay. Dock-heert, heißt das so? Ah, warte. Ich hab's! Das ist meine Kugel, lass mich da rein. Ich werde sehen, ob ich ein besseres Ending zu dieser Geschichte schreiben kann. Haha, echte Kugel gemacht. Was ist passiert? Wer ist hier? Hallo, Cassie. Du? Ein selbstbewusster kleiner Schrift? Was machst du hier? Wir Schriftsteller sind die größte EFFECTIVE, wenn wir in jemandem Kopf kommen. Schau! Was mache ich? Was machst du hier? Was denkst du? Was denkst du? Was? 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 Sie haben meinen Architekt, die sind nicht verletzt. Was? 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 Man, I just want to punch the box! Oh! Use more of your aspects, Raz! Haben wir kurz? Ich weiß nicht, warum ich ihn habe. I can stand on your own! Oh! Use what I taught you, Rathbity! Throw this ruler at her! It always works on my students! I was uncouth! How did I let my dillards have no more throwing? Don't you know? Librarian is a quiet place! Fuck! Fuck! Oh! Librarians don't actually, shushly. That's nice. She never was a real librarian in life, you know. I was never... So! Krieg so'n Stab an Kopf! Ich glaub, die anderen müssen auch wieder rein haben. My turn, Raz! Get that gate open, so I can teach her a lesson! Hey handsome! I'm going to stand over here right now! Look at that! My dogs are barking today! I'm not asleep! You're asleep! When my students fall asleep in class, they get sent to the principal's office! Oh no! Not you! Not you! That's right! Now it's two on one! Hey! Don't forget to count me! Ow! Help me out here, will you? I'm up here! I have no respect for private property! No! Of course you don't! In words made famous by the award winning Mineswarm, you can be whoever you want to be! Okay, aber man ist eigentlich nicht Oh, Mist. Aha, der Frau, gut. Oh, das war nicht so gut. Okay, ein Schuss. Ja, aber wir haben nicht nur so viel Leben. Das ist natürlich schlecht. Okay, die dritte drin jetzt. Oh, nein. Nein, nein, nein. Something's not right. Das ist ein Schuss. In der Tat, du kannst du sagen, dass etwas stinkt. Du? Oh, nein. Ich kann nicht alle drei von dir in eine Minute. Das ist ein Punkt. Bereit, Mädchen? Ich bin bereit. Jetzt zusammen. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder falsch habe. Wieder. Ich glaube, ich glaube, ich bin nicht die reale Cassie. Ja, du bist. Und so bin ich. Ich auch. Du? Mostly, wenn wir brauchen Geld. Hey, ich bin ziemlich gut in eine Kampf. Du vielleicht hast du. Bessie. Hi. Uh, are you the real Cassie? Hmm. Not sure. But I'm sure she's in here somewhere. Now then. Did you say something about my bees? Super. Oh, my. They really aren't behaving, are they? That's it. I'm all out of bee puns, I promise. Yes. Think you can do something about them? I'll try. But I feel like I've lost a little control of them. Oh, how I wish my old partner were here. I think they just need a nap. Oh, bully. How did you know I needed you? A little bird told me. Oh, sorry, I should say three little bees. Well then. Think we can get this warm to stand down? I do. Bedtime for bees. It's a nice piece. How's production? It's ternes back and no one to give it to, come on! Okay, scary parts are done. Now we just have to get rid of those bees somehow. Krass, das war echt lange mit den Bienen und wenn man überlegt, dass wir die Ranken jetzt nochmal machen sollen, wie ich es gerade schon gesagt habe, dann ist das nochmal richtig lang. Okay, ich hoffe, dass man denkt, man war kurz vorm Schluss oder dachte, dauert es wohl noch ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss. Vielen Dank.